Das sind einfach Daten, die zu groß sind, um irgendwie gesendet zu werden. Ne, leider nicht. Hat das was mit diesen Clouds zu tun oder so? Große Daten, keine Ahnung. Vielleicht irgendeine Plattform, wo ganz viele Informationen auf einmal sind und wo man sich dann irgendwie was runterholen kann oder so. Cyber. Big Data. Sofort schießt mir das in den Kopf jemanden, der irgendwie sehr gut im Daten ist. Das könnte mir was mit der Datenvorratsspeicherung, da könnte ich mir irgendwie was vorstellen, aber sonst dämmert es bei mir gerade nicht. Peak Data. It's like a Peak Mac. Big Data verstehe ich, die Sammlung von Daten aus dem Internet. Die dann später mit der Hilfe von ganz schlauen Algorithmen bewertet werden und dann für die Industrie oder für Businesszweck oder für Marketingzweck angewendet werden können. Ja, Big Data wird wahrscheinlich irgendwann in jedem Lebensbereich, den wir so kennen, relevant. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil es hilft schon im Leben, finde ich. Genau so. 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 So.